So, dann wollen wir doch mal. Yay. Yay. Oh. Ich folge dir. Okay. Na komm, Agent P hat die Runde betreten. Ich bin ein großer Fan. So, let's go. Teich, Schaufel, Thron. Ich mach' einen Thron, ich will einen Thron bauen. Ich will einen Teich probieren, da so ein Schiff in Landshavt rum wäre vielleicht was cooles. Ach man, verdammt, einen Teich. Ich müsste jetzt dreist sein und einfach Wasser hinbauen. Hier gibt es bestimmt Leute, die... Okay. Tageszeit. Man kann ruhig regnen. Sonnenuntergang. Verlässt schon jemand die Runde. Einen Teich. Wie machen wir das jetzt ganz gut? Man kann übrigens Wasser als Untergrund nehmen, dass das geht. Man muss nur finden. Wassereimer. Platsch. Im Mittelpunkt eine Insel. Das ist eine Idee. Erdblock. Okay. Schwarze Echelsitz nehmen die mich mal mit. Wird mal gebrauchen. Erde. Sand. Dann brauchen wir erst mal Sand. Wir müssen noch Villagers ins Wasser werfen, die dann hier auf der Insel leben und drumherum schwimmen. Oha, muss ich erst mal aufstocken hier. Vielleicht sollte ich mal mit... Nicht auf Sand bauen, sondern mit Erde anfangen. Allerdings kann man unter Wasser her gucken. Ich muss diese Insel schon aufstocken. War jetzt ein Teich, wo ich auf selber Urlaub machen würde. Bei mir wird eher ein See draus. Das muss hier schneller gehen. Das sollte erstmal ein kleiner Rand machen. Den Rest kann man ja mit Erde auskleiden. Ich glaube das ist eine gute Idee. Keine Sandbank gebaut. Macht keine zu große Insel. Ich träge das hier auch schon. Ich fahre schon viel zu viel Zeit. in den Aufbau. Man muss jetzt hier eigentlich nur... Man kann sich ja eh nicht hier reingraben. Deswegen... Ist ja wurscht. Ich suche es. Dein Niemings Essen, Dein Niemings Spiel habe ich abgefragt. So, ich brauche noch Knochenmehl. Na, welche gerade hier ein Inselbau, ein Teichbau. Was... Wo würdest du... Wo würdest du gerne mal Urlaub machen? Ich habe da so ein paar verschiedene Orte, die ich im Blick habe. Momentan, ich würde gerne mal nach Skandinavien gehen. Und fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Erstmal Sand... Erstmal Strand oder Berge. Was ist... Was bist du da? Wo bist du da? Ähm... Boah, schwierig. Kommt auf Jahreszeit an. Also an sich... Wahrscheinlich eher Strand, aber... Ähm... Da stellte sie sich anzugucken. Das fand ich nicht unreizend. Ansonsten hast du ihn angeschaut. Das ist ganz so schwer. Ansonsten eher Strand als Berge. Also ich war jetzt so... Hamburg kann ich sehr empfehlen. Da war ich auch schon... Das ist nicht schlecht. Zwei Minuten noch. Ich muss mal hier was liefern. Ein Baum wollte ich noch in die Mitte stellen. Hamburg war nicht schlecht. Kiel habe ich auch schon Urlaub gemacht. Gibt es ja auch Vlogs auf meinem Kanal dazu. Aus dem Urlaub mache ich dann mal meine Z-Logs. Jetzt ist letztes Jahr 2020 war ich in... Wie war das? Hier in Dänemark war ich im Urlaub. Den Mark war auch nicht echt. Den war auch echt nicht schlecht. Oh nein. Ich habe keine Zeit mehr. Wieder zu groß gedacht. Nichts gekonnt. Jetzt brauche ich hier mal ein bisschen... Knochenmehl. Was war deine liebste Stadt, wo du schon... Wo du im Urlaub warst? Das ist schwierig tatsächlich. Weil ich in sehr vielen Städten schon im Urlaub war. Ich bin seit ich geboren bin fast schon jedes... Fast jedes Wochenende weggefahren. Meine Eltern zusammen. Scheißbaum wechseln. Also... Also... Grün zur Stadt. Ich weiß, ich war letztes Jahr im Weißenburg am Main. Das ist eine etwas ältere Stadt. Die ist ganz schön, aber... Oh kacke. Das ist überall schön. Egal, was ich auch hier... Saabot zum Beispiel. Das ist schon ein Wasserfall durch die Stadt fließt zum Beispiel. Ja, das sieht jetzt ja blöd. Oh man. Ich wollte noch mehr machen, aber ich habe die Zeit dafür nicht mehr... Ah, kacke. Nein. Doch, ich bin zufrieden. Okay, kann man machen. Saabot, sagst du. Saabot, genau. Die schöne Stadt auch. Na, gut. Ich meine, gut. Ich hätte gesagt, dass es meins wäre, aber ne. Und das hätte... Wenn mir die spawned wäre, aber... Ne, das ist nicht meins, Gott sei Dank. Oh, ich hätte Fisch noch in den Teich platten können. Und da muss hier ein Strudel drin. Im Teich. Ja, okay. Ja, gut. Und gut. Das Teich mit Bäumen drumherum. Hübschen, ein Babienchen. Kann man sich geben. Wir sind ein Mittelblock drin gelassen. Ah, hier. Das ist echt nicht schlecht. Die gefällt mir. Auf die Bäume und alles hat man noch ein bisschen... Vielleicht im Deko, man könnte ein paar Blumen oder so, aber an sich... Riechen, super. Durchaus. Nicht die Barsen. Im Ernst in an See gewohnt. Und da kein lästlichen Insel drin. Oh, ja, ein kleines Grundstück hier abgezäunt mit einem Teich mit großen Stunden. Es hat nicht viel drin. Ich habe dem jetzt okay gegeben. Da gibt ein gut. Ja, das würde ich nicht geben, aber ein gut. Jetzt habe ich auch nicht gegeben. Das ist nicht schlecht. Ich habe einen Angesteg hier. Dann kann man Engeln bauen. Das kriegt man super von mir. Ein Teich hier unter den Bäumen kann man durch... Ich meine, die durchlaufen kann man Engeln am Steg. Sandbank. Das ist ein Super. Ah, von dir. Genau. Toll gemacht. Könnte ich noch irgendwo ein Zelt hinbauen, aber... Okay, das ist eine Pfütze. Ich habe mehr eine Oase gebaut als irgendwas anderes. Ich mache mal schlecht, sorry. Aber... Ist kein Teich. Und das ist mein Schandfleck. Wie? Ja, das ist mehr ein See mit einer kleinen Insel drinnen. Aber sollte der Baum noch erwachsen, der ist irgendwie nicht gewachsen. Soll es so? Ja. Habe ich noch versucht, Dirtblock drunter zu setzen nochmal. Ja, aber ich weiß nicht. Das ist ein Schwan sein. Verstehe ich nicht. Schlecht. Na, Kronfall. Mein Ass up to the link. Hier teile ich. Ja. Ja, okay. Okay. Das ist ein Minimum an dem, was man leisten kann. Nicht mal einen Baum daneben. Okay, ja. Nee. Bedingung erfüllt, aber... Bedingung erfüllt, aber meh. Okay, das hier hat gewonnen. Na, finde ich jetzt nicht. Aber gut. Ja, ich auch nicht. Auf dem letzten Platz bin ich. Das ist nicht schlecht, aber... Ender auf dem dritten Platz. Ja. Aber knapp war es mit mir. Naja, das ist jetzt nicht. Ja, meins zurecht auf dem letzten Platz. Ja. Toll. War es jetzt schon die zweite Runde, die wir gespielt haben, oder? Ja, es müsste die zweite Runde sein. Dann würde ich mal sagen, da nicht nach oben für YouTube, wenn ich das hochlade. Lass ein Abo da, schaut bei Enter vorbei, der hat bestimmt auch einen YouTube-Kanal. Und verlinkt sein. Tatsächlich, ja, auch Enter the Game of YouTube, aber ich habe noch nicht viele Videos, aber also schauen wir mal auf Twitch vorbei. Mindestens noch eins. Schaut bei mir auf Twitch vorbei, schaut bei ihm auf Twitch vorbei. Lass ein Abo bei mir und bei ihm da, da habe ich nach oben, Kommentare schreiben. Lass ein Abo da. Lass ein Abo da. Ja, TG. Vorne ich jetzt auf zu abonnieren. Drückt den Button, umarmt ihn, drückt ihn ganz fest und lass ein Abo da. Ja, ich würde sagen, wir lassen das jetzt heute mal für heute genug Minecraft Master Builders. Wenn der Ruck jetzt hier auch gerade noch ein bisschen. Ja, ein bisschen, dass irgendwie das Server ein bisschen instabil ist. Hatten wir jetzt mal schon, ich habe das gelesen auf Twitter, ist da irgendwo eine kleine DDoS-Attacke war. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaut bei uns beiden vorbei. Wir streamen beide live auf Twitch. Gibt Sachen zu sehen. Ansonsten, ich bin gerade in der Lobby, kann ich dich hier noch irgendwo sehen? Kann man es gemeinsam zusammenstellen? Ich springe gerade einfach nur über die Lobby irgendwo rum. Ich auch, aber wir können es wahrscheinlich gegenseitig nicht sehen. Ja, wahrscheinlich nicht. Gut, na dann. Habt ihr noch einen tollen Tag. Und ja, für YouTube. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.